Dich das Ding kann morgen? Werf Dich mit Eiern, bis Du mich liebst! Morgengrauen. Das ist das für Mondschein, der... Das Gegenteil dazu. Alter, und dann auch mit Turbo-Tempo. Oh, das muss ich mir fangen. Ich wollte auch früher immer Ninjask haben, aber ich finde dich freundlich. Ich bin 38. Nice, mit dem Hyperball gefangen. Was kann das? Ich werde meine Meisterbälle nicht los. Ninjask, Ninjask, komm! Ich hab ja zwei. In der Silksko kriegst Du ja einen. Hitzig. Plus Spezialangriff. Alter! Ninjask, ein Angriff von 133. Aber... 38. Das ist eigentlich kein Angriffsviel. Aber eine Initiative von 26. Das ist eigentlich sauschnell. Pilzsporen, Morgengrauen, Meteorologe und Geduld. Pilzsporen, Morgengrauen. Ich glaube, das bleibt man eine Weile im Team. Was auf dem Level? Wir fangen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist cool. Fragezeichenöffner. Es kann trotzdem Tempo schub. Das heißt, es wird in jeder Runde schneller. Was ist ein Anti-Ninjask? Ich bin jetzt gerade... Oder ich mache mich jetzt gerade raus aus dem Pokémon-Haus. Aurora-Strahl. Nice. Was ist ein Anti-Ninjask? Das ist dir schon klar. Das Game. Bist du denn eigentlich gerade, dass du so Ninjask findest? Ja, aber ich gehe wahrscheinlich dann nochmal eben gleich rüber da bei Arctus mal gucken. Vielleicht fange ich mir auch so nach Arctus. Ich könnte auch zum Kraftwerk gehen, weil Arctus wir gucken. Weißt du, das mache ich jetzt erst. Ich gehe jetzt zum Kraftwerk. Ich habe einen Arctus dabei und wir gehen zum Kraftwerk. Wir gucken einfach mal. So geil. Ich bin nur am Rennen. Ich bin nur am Rennen. Der Duran macht sich einen feinen Lenz. Alter, ich bin nur am Rennen. Loll, im Wasser ein Kurtel. Das ist so uncool. Nein, gegen dich will ich nicht kämpfen. Geh weg. Kraftwerk. Ach, da gibt es ja auch noch ganz viele Items. Doch, god, god, god. Ein wildes Taubus. Kling. Riechsalz. Mit Recht. alter wenn auch ein tangela am ende ich fühl mich verarscht es macht vorher genau das will ich nicht ein harry jama harry jama konnte ich irgendwo mal tauschen wenigstens sind hier extrem wichtig damit speziale ich versuche mal nicht zufüllen schaden zu trainieren kannst du mit lehmbrühe auch mal treffen ach jetzt ist es tot manu hat es zu mir gesagt aber ich weiß nicht mehr wogegen also das sangana bies ala bies gibt es hier nice oh ein wildes arctos hier ganz toll im kraftwerk ein wildes arctos es kann es kann klammergriff ne komm besiegt was soll ich denn arctos wollte zaptos mal besuchen lol noch ein wildes arctos im kraftwerk wo bist du denn ja die teleporter sind gleich lektro bei hier ist eine sackgasse sag mir nicht sag mal sind die teleporter auch verändert worden ah da ist wieder harry jama bist du sicher komm her ich will dich fangen scheiße das stirbt ich bin in der sylpho das stirbt auch so Mist bären saft alt das sind items hier so ne scheiße dann habe ich irgendwie gerade einfach nur pech und rennen dauernd in irgendwelche sackgassen rein ob das wilde zaptos hier auch nein attacken kann die zaptos kann ich bin gespannt das hat was für sich vielleicht verbrennt er sich ja tja ich finde keinen harry jama mehr ich werde jetzt zaptos herausfordern na zaptos wie gehts ich glaub das nicht zaptos ich bin so kein slime-ock burscht schau mal gucken was zaptos macht nachahmer zaptos kann also tatsächlich die sachen die geowurf hahaha ich habe diese logikfehler ich kotze gleich reflektor ok da sagt er aus also zaptos ist stinklangweilig der hat nur geowurf und reflektor drauf erst mal instant den türöffner gefunden ich bin zufrieden oh ist kein schnabel abgesang nice mal machen mal machen ich hab noch stirb gewonnen zaptos war nix blöd ich bin instant bei garry what the fuck oh gott im siebten oder achten stopp die hat die tür inriegelt man muss es schafft alles klar ist nice wohl wahr das mach mal ich werde mich zum folgenende nochmal Richtung seeschauminsel begeben wo ist denn die heiltanten nochmal wo ist denn die heiltanten nochmal 30 topschutz auf instant gary klatschen einfach zu viel geld hab so kurz zum ende der folge versuchen wir das nochmal die bauten dann sind zu wir haben noch knapp drei minuten spannen aus weg ausm bild 730 mit seinem visa floor was ist mit dem weg zur seite ja das ist mein jan mal auch kapalores das ist doch kokolores kapalores bildspore rückentzug leck mich doch oh oh ein sumpex jetzt habe ich ein problem der will 40 bums dich erstmal junge wer sieht das erste mal ein sumpex hier kapalores schwebt tief und fest und ich verfluche es die wir sind ja auf dieser seiten der seeschorminsel ach scheiße müssen wir die andere seite lang wie kommt man in der seeschorminsel raus wer denn immer wach wo vor loll es ist kein starbflügel und macht damit niemand wenig schaden was ist das tja dann werden wir das heute wohl nicht mehr schaffen aber das macht nichts leute nein ich glaube ich bin tot ich stehe noch mit einem kp was ist das das ist das ist nice schon wieder so eine verdreckte bäre gefunden ey ohne scheiße ist doch ein witz das ist nice durch flug ist es noch gestorben das ist kapalores pikatsu geile rivale hatten pikatsu das ist nice schick ihn oh duran packt duran packt meisterball in die balltasche das ist der dritte yes was na alter was du an überresten machst mach ich an meister bellen klar und nacht nebel ja natürlich aber bei ihm ach scheiße frostbeule tot ey ist das uncool jetzt habe ich den laber doch nicht dumme da läuft ich finde überrest auf lange sicht mehr jener schlug fehl frostbeule alter die nächste frostbeule wenn ich bei der nächsten frostbeule paralysiert bin war das jetzt schon fertig hier oder muss ich noch was verschieben ach ne da ist Arctus ach komm es wäre die letzte frostbeule komm Arctus kriegen wir noch in diesem part mal gucken was haben wir denn da paralysiert nö 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 ah mein alter der macht wenig schaden der rivale nice und tränen weißt du was ich habe drei Meisterbälle und Arctus macht jetzt gerade nur Walzer ich fang jetzt mal eins eisterball Nein, das ist ja das richtige Arctus. So, Meisterball geworfen. Ja, wie ihr seht, bei der Seeschau-Minsel ist ja das richtige Arctus. Ne, 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 da stand. Hast du schon wieder eins gefunden, oder was? Oh, ein wildes Gag-Abo. Achso. Kleinen Pokéball gefahren, befunden. Nice. Dann sind wir ja fertig. LOL, Natu. Ich werde das Natu haben. Schnell, Hyperbela, schnell, Natu. Ich dachte an der Stelle, wo Zapdos steht, steht ein Arctus. Nein, oh, es kann Sprungkick, jetzt muss ich es haben. Wilde ist einfach nur so. Nein. Aber ne, ich habe den Rivalen tatsächlich nicht geschafft. Komm, schau mir rein. Ha, ist runtergefahren, hat KP verloren. Ja, gut. Nein, komm schon. Alles klar, ich speichere jetzt nochmal eben schnell. Bitte, 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 bitte. Yes. Ja, ich habe es gefangen. So, ich mache hier auch nichts. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Leutchen bei Pokémon. Ciao. Muran, jetzt sieh zu, ich stehe hier nur dumm in der Gegend rum. Gut. Ciao, liebe Leute. Yes. Fuck. Gut. Fuck. Entschuldigung. Gut. competed. uter. Gut. Gut. Vielen Dank.